Heyo Freunde, was geht ab? Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute machen wir das Jetpack, also das Alien-Outfit. Ich weiß, ich habe es schon mal gemacht, aber nicht in Richtung Tutorial. Ich habe es schon vorbereitet. Nehmt am besten den Wagen. Ich habe extra so früh gestartet. Ihr seht, es ist erst 7 Uhr Nachmittag, also ihr müsst den Job immer um 12 Uhr starten. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wo das ist und zwar einmal da. Man müsste einfach einmal hier so lang fahren über die Straße und dann hier. Ich denke, ich fahre so einigermaßen richtig auf der Straße. Und es geht jetzt auch schon los. Ich drücke jetzt mal auf Exe Job. Kienteleibene Kienteleibene So, jetzt geht die Pizza hoch und das Pizza-Outfit. Und natürlich das Alien-Outfit, das Pizza-Outfit und das mega geile fliegende Alien-Outfit. Und ja, dann würde ich auch sagen, war es das mit der heutigen Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Haut rein, Leute. Und dann würde ich sagen, tschüss.